Musik Hochfeierter Damen und Herren, Kunst und Kultur sind ein Grundnahrungsmittel für die Seele und außerdem ein Markenzeichen für eine funktionierende, zivilisierte Gesellschaft. Also, wir bleiben für Sie da und außerdem... Da sage ich doch, Sie sind unser Lieblings- und bestes Publikum. Danke, dass Sie da sind. Danke, dass Sie da sind.